Und Willkommen auf mein neues Video und ich mache für mich eine Rom-Tour, also meine neue Wohnung. Ja, da sind hier schon die Meerschweinchen. Da, 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 da ist da schon der Meerschweinchen. Wir haben schon ein bisschen Abend. Ja, so, da ist mein Computer. Also wieder abschneiben und wieder machen und tun. Ja, es wird auch ein bisschen öfter sein mit Videos. Aber jetzt noch nicht so. Ja, da ist der Fluch. Da ist schon der Katerobe dran. Küche ist auch schon fast fertig. Binden wir heute Spüle. Spüle wird noch, Fenster wird noch und Sturzsachen brauch ich auch noch. Ja. 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 Alles ist im Pilotungbereich. Ja, dann haben wir noch hier Küche. Lamm ist noch nicht dran, aber werde ich noch fahren. Irgendwie was machen. Spiegerschrank habe ich selber gebaut. Sorry. Der Faschbeckenunterschrank. Den Hochschrank muss ich einfach gucken, wo ich den hinstelle. Da ist er. Da ist der Hochschrank. Ja. Das ist mein Neuerung. Und ich wachs und guck an. Das ist das, was wei schenken. Ich bin noch nicht dran. Ich bin noch nicht dran. Ich bin noch nicht dran. Jungs noch nicht dran. Ich bin noch nicht dran. Ihr habt schon alles angeguckt, ja? Bestimmt. Ja, ich hab nur ein bisschen gewisse Videos hier rumschummiert. Ja, gerne, Schatz, komm noch in diesem Geil. Nimm mein Schreibtisch. Ja, wenn ich irgendwann noch, ich muss erstmal hier ein bisschen aufräumen. Dafür muss ich erstmal was machen. Also, ich sage jetzt schon mal Tschüss und Bye Bye und schaltet mal ein. Euer Steffbrat TV.